Kochen bedeutet für mich, auf die Märkte zu gehen, frische Produkte zu verarbeiten, mich inspirieren zu lassen. Wie kann ich das besser in Szene setzen und wie komme ich auf einen perfekten Geschmack? Und das ist für mich Kochen. Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass man einfach mit der Zeit geht und schaut, wo geht der Trend hin. Gerade wenn man am Schiff unterwegs ist, muss man immer schauen, dass man up-to-date bleibt. Auch ich habe vorher bei verschiedenen Sternenköchen gearbeitet und habe mir da einen gewissen Schliff geholt. Privat am liebsten Wiener Schnitzel. Genau der Kontrast. Wenn du es tagtäglich mit Hummer und so Sachen zu tun hast, freust du dich über etwas ganz Normales, ob es das Schnitzel ist, dann muss es aber gut gemacht sein.